Musik Musik So mal gucken, neue Aufnahmesession, mal gucken ob gleich wieder zurück ist und klären wir uns unnobiliere Schilder Aber erst einmal hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege ich probiere mal ob man nehmen na ich guck mal ob man die klemmers mitnehmen kann das habe ich gar nicht geguckt am freitag ich nehme jetzt extra die klemmer mit obwohl ich oben eigentlich auch machen will claimer munition steht bei zeigte ich ja noch gar nicht an wie viele fenster hatten das café hier fünf das mittlere ist kaputt machbar ach wir hatten ja natürlich auch schon drei treppenhäuser also hier bei der bar neben dem leserzimmer ist ja das jetzt schon dritte treppenhaus ich gehe mal lieber hoch irgendeiner rennt gleich hoch ne kommen wir ja nicht drunter doch na dann juhu null klemmers und es gibt keine bonus events ansehenspunkte mehr kann ich meine klemmer wieder ablegen und automatisch sprengladung dabei haben kate haben sie noch gar keine bösen fallen überhaupt gar nicht und du noch zeit findest mit deiner drohen oben die luke in dem kleinen abschlafen ist jemand und da ist mir auch wenn es auch mhm vier hier war es zwei werden die nicht mehr separat angezeigt kann man jetzt auch vier böse granaten mitnehmen ne es waren schon mal mehr aber das wurden die nicht immer separat angezeigt weil jetzt habe ich insgesamt ne vier stehen wenn ich jetzt zwei sprenggranaten nehme dann habe ich halt insgesamt noch zwei nie geil ist tot geht bestimmt gleich raus oh jetzt liegt hier stacheldraht von meiner kamera ist ja uncool so iq macht gerade den boden auf mit einer sprengladung hier sieht es sauber aus wurde entdeckt kamera ist über dem lesezimmer noch die stationäre ne die ist tot kamera frauen sie nicht ne gucke sichere kamera vielleicht irgendwann an der wand nur noch ein gegner übrig mit sicherung des behälters fortfahren sobald die bedrohung neutralisiert ist ne man hat wirklich bloß von beiden zwei zweimal sprengen zweimal blind diese mira aufklöppeln ja aber ich hätte gedacht man kann jetzt je nach entscheidung vier spreng mitnehmen und dann null blend aber nein zumindest hat das das und die anzeige impliziert ja klären muss ja auch weg aber es gibt das bonus event nicht mehr gut es gehen alle raus wenn klären muss und gleich nicht da sind dann sind auch die mobilenstände nicht da nein kontaktgranaten ich muss dann wieder alles umstellen bei den einzelnen operatoren wenn die dinge wieder da sind dann machst du doch jetzt schon du bist doch echt doof vielleicht kommen sie nachher heute abend wie sie weggenommen wurden vielleicht in einer minute schon das wäre schön trotzdem in einer minute dann ist es eins nach 20 uhr den raum verbarrikadieren null mobile schilder sind ja schön ich würde gerne keine fußabbrücke machen hier dieses bilde bahnansagen das muss man auch ausmachen können ich mach die luke oben zu die luke die noch nicht so nah am kamin ist auch hinter mir ist noch jemand hier ist doch direkt vom kamin direkt vom kamin das wirkt gar nicht so ich dachte immer die wäre dann haben sie die auf der neuen karte auch so gelassen dann haben die wirklich in dieser ersten etage überhaupt gar nichts geändert hier guck die gegner haben den bio gefahrgut behälter lokalisiert machst du noch eine wand ja ich würde sagen neben den kamin zu machen dann können sie nur durch den kamin dann kann ich ja auch noch böse min reinlegen ich habe ja noch eine oh nein das ist mozzi das ist aber wieder jemand sehr offensiv nur weil es wenig gegner sind ich glaube einer am fenster seilt sich gelber ping müsste noch jemand sein die ist ja noch ja an dem gelben ping ist jemand gelber ping macht das fenster auf außenwand das ist der letzte ja machen nicht tot der hängt am fenster das heißt doch nicht tot machen wollte bloß mal reingucken wollte gar nicht wehtun ich wollte rausgucken hast aber geschossen ja ich habe sogar noch eine pause zwischen den ersten und den zweiten schuss gemacht pfui die könnten ja wenigstens IQ solange die keine claymose einsetzen kann die später granaten wieder geben frag doch mal der kann die klammer haben immerhin ist es draußen hell dann haben die bestimmt vielleicht eventuell jetzt kamera vor das auto steht ja gar nicht richtig auf dem boden das schwebt das ist für die bäckerei also im keller scheinen sie nicht zu sein ja ganz oben klingt es naja doch könnte noch sein Kamera vor das ist ja supi ja die haben auch noch einen deutschen ich glaube das war Bandit schreibt es auch jemand wahrscheinlich hat er mir zugeguckt in der Kamera und Vigil Position des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt Erlaubnis zum Angriff fährt uns noch einer Panzerplatten Kastler haben sie noch gelber Ping Kastlerwand gut gut speichern wir eine Sprengladung was ist das denn der Bereich okay wir müssen hier hin hier Bereich da hin ja aber Ping jetzt gucken die jetzt 2,3 ich hoffe die machen da bald was wie wichtig da gucken wo bist du eigentlich da hin stehst du auch ich werde entdeckt okay die Kamerafrau hat ja irgendwas ich glaube der Mieter hat es gerade zerstört hohohohohoho hier fliegt C4 aus dem Dach hm hast du das hier oben? ne ich glaube der Mieter hat es gefunden okay Zigarettenzimmer und Treppe kommt jemand hoch hier oben können wir das Knicken rein zu gehen da sind die beiden markiert und einer ist noch die Treppe unten Bandit kommt hoch alle identifiziert hab keine Drohne mehr Mist ich habe nicht am Kopf getroffen ich habe nicht am Kopf getroffen ist keine Drohne mehr da ich habe nicht am Kopf getroffen ich habe nicht zufrieden ich habe nicht zufrieden bin ich das war nicht die Drohne mittlere Maustaste Das war ja die Spezialität. Irgendjemand stopft da unten. Da liegt er auch. Siehst du denn in der Demo? Weihnachtsstern, ja? Jetzt hätte sie sterben müssen. 45 Sekunden. Also Band... Das rote war Bandit. Die hocken aber noch mit einer Schrottflinte im Zigarettenraum. Zigarettenraum. Bestimmt lauer der da. 15 Sekunden. Schießt sie den Rücken. Ach... Ja, das wird schon das kleine... Ja, der Kastler hatte eine. Das Ding sieht aus. Lebkuchen-rat-rat-rat-rat. Warum müsst ihr alle so früh stärken? Damit wir nochmal im Laserzimmer verteidigen können. Jetzt wäre ein mobiler Schild schön. Ich nehme mal kugelsichere Kamera um... ... statt Stacheldraht. Ich habe die Kameras noch nie gemessen. Ich fand das... Ich fand das am Freitag aber komisch, dass die... ... kugelsichere Kamera von vorne zerstört wurde. Weil die haben vorne... ... kugelsicheres... ... Glas. Ich mache die Luke oben zu. Perfekt. Vielleicht sah das von dir aus. Kann auch sein. Auf jeden Fall kann Maverick die Dinger einfach zerlöten. Nein, das ist meine Luke. Geh weg. Ich habe den Griff gar nicht ganz in der Hand gehabt. Den Verstärkungsgriff. Oh, was ist das? Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat in ihren Fahrgutbehälter lokalisiert. Wir haben ganz schön wenig Wände zugemacht. Wand sicher! Die Kamera war gar nicht so schlecht. Ja, eine cool sichere Kamera. Kann man von der Seite zerklopfen und ja... ... zerschießen mit Sophia und Ash. Ja, dass man die von ihnen halt... ... Sprengstock wieder zerkloppen kann. Aber mir fehlt der mobile Schlitt hier in der Tür. Fläsezimmer, Außentür, kommen sie rein? Ja, ich gucke hier schon. Okay. Manchmal folgt nicht. Der Dschakal. Oh, es sind nur noch 3 Gegner. Klinge nach Grabschrohr-Schrottflinte. Schrohr-Schrottflinte. Schlott. Türkep haben sie noch, natürlich. ich habe immer das glückliche händchen für ich halte mein handy genau dahin wo ich hingucken will bei diesen zwei min eine direkt vor der tür eine drin und hier bei mir sind drei ich habe schon wieder eine jetzt will ich die tür sehen die bahn da sollen sie noch haben und die treppe kommt jemand hoch an dem kleinen abstellzimmer ich gehe auf position mine gefunden das war gerade markiert nie was bei mir sind viele minen also hier kommt es nicht durch vor deiner tür auf beiden seiten kamera fährt hat mich entdeckt nein aha mine gefunden achtung hast du dich warst du drin du bist durch die tür geflogen durch die wand die wand die wand ok hinter der couch da in der ecke ja dachte ich mir nämlich auch und dann war ich schon so als ich erschossen wurde bin ich schon durch die wand gefallen dieses ubisoft also einzelne gerätschaften und clash sind noch nicht wieder da wobei sie kann man auch als gerätschaft bezeichnen aber das bonus event ist weg ubisoft geizt ganz schön und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss